Ich glaube, es zählen, dann spielen sie hier ab. Fantastisch. Vom Kosovo, Moldawie, in der Ukraine, alle gemeinsam. Montenegro ist ebenfalls vertreten. Viele Freunde aus vielen Ländern, alle neun Länder, die gemeinsam hier feiern für die Europäische Union, für die Erweiterung. Es ist meines Wissens die erste große Ruhrerweiterungs-Defektion in Wien am Heldenplatz. Ein fantastisches Ereignis, ich bin ganz froh. Und wir singen hier ins Jemme gemeinsam. Liebe Freunde, kommen alle gemeinsam. Das ist fantastisch für Europa, für Europa mit 37 Ländern. Ein fantastischer Moment. Herzlichen Dank.